war weg. Die Welt, wie er sie kannte, gab es nicht mehr. Die Stadt, die er gekannt hatte, war für ihn verloren. Die Gesellschaft des Mädchens, die Schrei der Kreaturen, verstummt. Nur der Regen fiel weiter in Strömen. Er prasselte auf ihn nieder. Was ist das denn? Überall so geäste, riesige Bäume. Was ist denn das? Alle Kreaturen hat er mal weggeschlossen. Wo sind wir hier? Wem gehörte diese Welt? Da auch, weitere Käfige. Was ist das hier alles? Geht's hier hoch? Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich hier langlaufe. Was ist das hier alles? Häuser mit so kleinen Fenstern. Ah, hier geht's weiter. Genau dann fühlte er eine bekannte Präsenz. Sie war es, ganz ohne Zweifel. Sie lebt noch. Sie hat ihn auch wahrgenommen. Aber da ist wieder das böse Geschöpf. Es ist irgendwie geflohen. In dieser Welt werden die Kreaturen bewegte... Oh, das ging jetzt zu schnell. Schade. Okay, wir müssen auf jeden Fall mitrennen. Mitfolgen. Er konnte nur das Mädchen ansehen. Gehetzt, verfolgt. Zusehen, wie sie verschwand. Und wir hinterher, auf anderem Wege. Da ist sie wieder. Und sie ist clever. Sie spielt ihn aus. Sehr gut. Und das Geschöpf ist nur sauer. Und will sie endlich für sich haben. Wobei man noch nicht weiß, was sie mit ihr machen möchte. Okay, hier geht's weiter. Über die Treppen. Man kommt kaum rum. So eng ist es hier. Und da ist der Pfütze. Aber mal gucken. Jawohl, das klappt. Ah, das klappt nicht. Okay. Ich dachte, man könnte drüber springen. Ah, da ist sie ja. Es schien, als ob das Geschöpf allein für die Jagd auf sie lebte. Schnell verstecken. Kommt er hier hoch oder? Ah, hier geht's weiter. Renn weiter, Mädchen. Schau nicht zurück. Es ist erschreckend, dass es jetzt keine Parallele ergibt. Die Distanz zwischen den beiden war mal größer und im nächsten Moment wieder kleiner. Gott, wo geht's hier lang? Okay, da rüber. Oh, Bücherregale. Mal wenigstens ein bisschen Deko. Okay, da geht's weiter. Und da wohl hoch. Okay. Halt durch, Kleine. Ich komme. Ich bin auf dem Weg. Bin ich hier eigentlich richtig? Ich weiß es gar nicht. Okay. Ja, ich bin richtig. Sehr gut. Das Mädchen floh unter das Dach. Das Geschöpf kam näher. Oh Gott. Vielleicht hat er sie. Ich muss irgendwas machen. Ah, da. Der Block. Der Block. Sie saßen in der Ecke fest. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich ziehe an dem Block. Er muss ja das Mädchen etwas weiterführen. Und er haut da eine Ecke wild um sich. Komm schon, komm schon. Sehr gut. Ich weiß, diesen Tempo würde er es einholen. Schnell. Komm Mädchen, komm hier rein. Und zu. Und zu, und zu, und zu, und zu, und zu. Haha, echt die Batsch. Okay, schnell hoch. Oh Gott, schnell weg. Die Schreie, der Schreie des Geschöpfes. Oh Gott. Das geht aber so schnell. Ich kann das gar nicht so schnell lesen. Oder gar vorlesen. Und dem Jungen wurde es so langsam klar. Na, geht es hier rein oder nicht? Wo bin ich? Ach, da. Dass diese Welt wohl. dem Geschöpf gehöre. Oder gehörte. Ja, und auf den Schock bin ich jetzt mal hier ins Wasser gefallen. So ein Mist. Okay, also nochmal. Und dem Jungen wurde es so langsam klar. Dass diese Welt wohl dem Geschöpf gehörte. Boah, das ist ein richtiger Parcours-Kurs hier. Durch diesen Albtraum. Komm, Mädchen. Komm, Mädchen. Bleib nicht stehen. Renn weiter. Nein, da ist er wieder. Zum Glück sichtbar. Dann würde es immer zurückkehren und nicht müde werden. Ja, komm, schnell. Der Junge wusste, dass er das Mädchen schützen musste. Jawohl. Auch wenn es bedeutete, sich selbst zu gefährden. Es kommt ja zu uns. Okay. Und so rannte er los. Renn, 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 Renn. Tief ins Dunkel. Dunkler als die Nacht. Oh, wie krass. Ohne einen Durchgang blieb ihm nichts anderes übrig, als auf Hilfe zu warten. Oh, Mädchen, beeil dich. Ah. Er hat mich erwischt. Aber ich weiß nicht, ob ich... Kann er mich berühren? Darf ich ihn berühren oder nicht? Ich weiß es nicht. Okay, nochmal. Ich bleib mal hier. Ohne einen Durchgang blieb ihm nichts übrig, als auf Hilfe zu warten. Ich hoffe, er kommt nicht zu mir. Ja, okay. Ich darf mich nicht bewegen. So ist es. Ich darf mich nicht bewegen. Also, ganz oben an die Wand. Und jetzt warten wir mal ab, was passiert. Der kommt echt zu uns. Okay. Okay, alles klar. Nur nicht bewegen. Komm schon, Mädchen. Ich würde ihr ja einen Namen geben, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Okay. Sobald er weg geht. Wow. Okay, weiter, weiter, weiter. Nicht anhalten. Und in diesem Moment sahen sie etwas, dass sie... Was? Das Licht irgendwie einladend, wohl bekannt. Moment mal. Was für ein Licht? Ah, das Licht schmerzt ihm. Sehr gut. Mädchen, hilf mir. Lass dir Leiter runter. Oh Gott, da kommt er. Mädchen, komm. Ich war immer lieb zu ihr. So, schnell hoch. Er ist förmlich, er verbrennt förmlich, so wie es aussieht. Komm schon. Da oben ist ein Block, den kann man vielleicht auf ihn drauf schieben. So, auf, drei. Drei. Das ist ein bisschen besser als der Käfig. In der Ferne sahen sie das Licht, das das Geschöpf gestoppt hatte. Mit dem schwächeren Regen wurde alles ruhig. Mit der Ruhe kam ein sanftes Licht, das alles in seinem Strahler leuchten ließ. Kapitel 7 Eine unbekannte Stadt Ende Puh, du meine Güte. Das war ja ein ganz schöner Showdown jetzt eben gerade. Aber wie konnte das Geschöpf da entfliehen? Na gut, es können auch Tore und Gitter einschlagen und Gerüste. Ich hoffe, dass der Felsen jetzt ordentlich reingehauen hat und das Geschöpf wirklich tot ist. Die Welt um sie herum schien wieder normal geworden zu sein. Naja, was normal auch hier heißt. Allerdings nicht ganz. Der Junge zeigt auf etwas. Es war ein Licht, das sie schon kannten. Eine einsame Spur dort hinten in der Ferne. Sie entscheiden loszugehen, um es zu finden. Kapitel 8 Das Ende der Nacht Oh nein! Er lebt immer noch, so wie es aussieht. Wenn er auch erst stark geschwächt wurde. Das Licht leuchtete zwischen zwei zwischen den Gebäuden. Nicht zwischen zwei. Oh, hoppla. Hier hoch. Hier hoch. Das ist das Wetter.